Mit Experten, Analysten und der Redaktion gehen wir in den Pott und machen das Unmögliche in der Relegation möglich. Ich bin Kessem, euer Liga-Anzeiter und heute stelle ich mir nur diese eine Frage. Wer schießt Bochum zum Klassenerhalt? Let's go! Bochum, unser Stolz, Tradition bleibt am Leben. Im Takt zu Boom-Bab, für den Sieg alles geben. Und damit starten wir rein mit dem VfL Bochum im Team-Check. Und die alten Hasen unter euch werden wissen, womit wir anfangen. Und zwar hiermit. Teil 1, Rückblick. Und wir starten mit dem Rückblick. Und den Tabellennachbarn hatten wir Montag. Die schossen sich in Minute 90 plus 2 in Front. Bochum trat dann den Gang in die Relegation an. Die Geschichte kennen wir alle. Und ein bisschen Milan-Liverpool-Vibes unter den Nostalgikern hier. Ja, ein echtes Wunder. Nach 0-3 Heimniederlage, dann nach Düsseldorf gefahren und das Ruder nochmal rumgerissen im Elfmeterschießen. Warum war Bochum denn so weit unten? Die Bochumer haben sich in vielen Bereichen gar nicht so schlecht angestellt. Und das zeige ich euch mal hier in den Stats. Ein wenig eintönig und ausrechenbar. In jedem Fall das Spiel und die Spielweise mit über 2.900 langen Bällen. Kein Team hatte letzte Saison mehr. Mr. Langer Ball, besonders auch aus der Halbfeldflanke war, ihr seht ihn hier auch, Kevin Stöger mit Bild Assists. Er war der Fixpunkt und an 38 Prozent aller Bochumer Tore beteiligt. Das ist auch ein unfassbarer Wert. Ich bilde jetzt eine Verkettung aus Stat 1. Dort gingen nämlich auch viele der langen Bälle verloren. Die Spieler jagten dann im Gegenpressing direkt hinterher. Und genau, mit 51 Prozent bildeten sie da den viertbesten Wert. Dann habe ich noch den vierten Stat hier, die Passquote des Gegners. Der sogenannte PPDA-Wert, Pass per Defensive Action. Da hat Bochum es geschafft, den Spielaufbau des Gegners am besten zu stören. War hier das Zerstörerteam Nummer 1. Warum erzähle ich euch das alles? Der neue Coach Zeidler passt genau zu dieser Spielphilosophie, die man offenbar in Bochum weiterverfolgt. Der Verein hat eine Identität und steht für Kontinuität. Und besonders die Heimpower kann hier ausgebaut werden. Effekt wie bei Mainz unter Henriksen. So liest sich das ja bisher alles ganz super. Warum standen sie jetzt unten? Da gibt es in der Analyse so ein paar verschiedene Punkte. Punkt 1. Zum einen wurde Letch abgefeuert nach diesem Köln-Drama in der Nachspielzeit ohne wirklichen Grund. Dadurch herrschte in der Mannschaft kollektive Verunsicherung. Was man auch in den ersten Spielen danach spürte, hinten raus, lief es dann einen Tick besser. Punkt 2. So ein System, wie du das hier spielst, das bedarf hoher Qualität in der Absicherung. Und die hatte Bochum nicht. Das resultierte dann in den 74 Gegentoren. Das sind die zweitmeisten. Meisten Konter gegen Tore mit 9. Und vorne Harmlosigkeit. Auch hier Chancenverwertung mit 25 Prozent. Lediglich Rang 14. Also die Identität ist da. Die Absicherung über den Teamwork und die individuelle Klasse, das muss einfach erhöht werden. Und jetzt will ich nicht zu viel vorweggreifen. Aber aus Part 2 werdet ihr gleich sehen, absolute Leistungsträger sind gegangen, für die man nicht mal einen Euro kassiert hat. Von daher ist die Ausgangslage super schwierig. Gerade auch wenn wir hier sehen, Standardstärke, Halbfeldflanken, Kevin allein zu Hause. Er verlässt das Team. Und wer tritt in seine Fußstapfen? Das schauen wir uns an in Teil 2 Kaderanalyse. Eieiei, und wir starten jetzt mit den Transfers, Top-Transfers. Und fangen wir mal an mit der Zugangsseite. Das ist Dani DeWitt. Der kommt vom AZ Alkmaar aus der Ehrendevise. War dort Stammspieler. Letzte Saison 10 Tore und 3 Assists geliefert. Der Witt spielt auf der Position Stögers. Also 8 und 10 ist ein Führungsspieler. Aggressive Spielweise, Zweikampf und Abschlussstärke bringt er mit. Defensiv und offensiv sehr wertvoll, bereitet aber nur wenige torgefährliche Aktionen vor. Auch schießt er, anders als Stöger, nicht die Standards. Also vielleicht da ein kleines Downgrade schon mal. Wenn er in Stögers Fußstapfen treten soll, dann muss der eine absolute Banger-Saison spielen. Ansonsten wird das richtig eng hier mit dem Klassenerhalt. Das ist schon mal meine Prognose vorweg. Das muss dann wahrscheinlich auf mehrere Schultern verteilt werden. Wahrscheinlich auch auf die defensiven Schultern vom neuen Mittelfeldtraktor. Das ist Ibrahima Sissoko aus Rassing, Straßburg, aus der Ligue 1. Auch er dort Stammspieler gewesen. 1,93 groß gewachsen. Auf seiner Visitenkarte stehen entsprechend auch die Luftzweikämpfe und die Tackles. Losilla, der ist schon in die Jahre gekommen mit seinen 38. Den wird er wohl ablösen und ich sehe ihn auch da als absolutes Upgrade. Mit, ich zitiere es nochmal, unüberbrückbaren unterschiedlichen Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen war Riemann ja auch schon in der Relegation nicht dabei. Jetzt haben wir neu hier vom KSC Dreves, Patrick Dreves. Der hat seine Sache ordentlich gemacht letzte Saison bei Karlsruhe und dazu auch gleich mehr in der Top 11. Das zur Neuzugangsseite. Die Abgänge haben wir ja quasi schon vorweggenommen. Für Osterhage gab es immerhin noch Money in the Bank. Super Box-to-Box-Spieler, an dem Freiburg sehr viel Freude haben wird. Da bin ich mir ganz sicher. Mit Stöger und Schlotterberg gehen die beiden besten Spieler des Teams ablösefrei. Also das schmerzt mir hier ja schon in der Analyse. Stöger highlighte ich euch nochmal ganz kurz, weil das waren absolute Wahnsinns-Super-Stats, würde ich die nennen. 108 Halbfeldflanken. Ich nenne euch mal, ist Liga weit die 1 gewesen mit Abstand. David Raum kommt dann an Platz 2, hatte 55, also gerade mal die Hälfte. Zeigt einfach, was für einen offensiv Halbfeldflanken-Push der Typ mitgebracht hat. Dann haben wir Fernschüsse, Liga weit, 54 abgefeuert. Der zweite Mann da war die niederländische Wühlmaus, Xavi Simmonds, auf der 2. 13 weniger. Auch da absoluter Superwert, auch eher ganz vorne bei den Fernschüssen. Dann auch noch der Topscorer gewesen des Teams. Natürlich sieben Tore, neun Vorlagen, verlassen das Ruhrstadion. Also der Typ hat gefühlt ganz Bochum repräsentiert und da wird es jetzt wirklich hart sein und wichtig sein, den zu ersetzen. Ich bringe euch nochmal, Herr Stotterbeck, ganz kurz ins Spotlight. Super Werte im Luft- und Zweikampf. Letzte Saison sogar 5 Tore und 3 Assists auch noch geliefert. Der hat nicht nur hinten die Scheune sauber gehalten, sondern hat vorne da auch noch die Dinger da reingeputzt. Also richtig, richtig guter Mann. Dann haben wir, gerade für den Abwehrspieler, dann haben wir, in der Abwehr muss man aktuell sagen, also sie müssen jetzt mit dem klarkommen, was sie haben, gemessen am Rückblick. Wir haben die Gegentorflut, haben wir im Blick, auch gerade nach Kontern, da war ja die Absicherung auch so schwach. Bernardo ist happy in Bochum, hört sich aber auch jedes Angebot an. Der VfL Bochum möchte ein mindestens zweistelliges Millionenangebot sehen. Aktueller Marktwert von Bernardo liegt bei 5,5 Millionen. Ja, bleibt hier ganz spannend. Die Ausgangslage, wenn man Bernardo noch zu Geld macht, könnte man das reinvestieren in ein bis zwei Spieler. Und man hat so aus der Bilanz aktuell auch durch den Osterhage-Transfer ein bisschen Cashflow. Und dann ging mit Asano auch noch, gefühlt der letzte Leistungsträger auch noch. Der ist jetzt auf Mallorca zu Gange und nimmt da nochmal eine neue sportliche Herausforderung an. Das Wetter sollte dort auch, glaube ich, besser sein. Stürmer Bochum. Wir brauchen Stürmer in Bochum. Vielleicht ihn hier. Pontus Almquist, Marktwert 3 Millionen. War zuletzt Stammkraft bei US Lecce in Italien und ist zu seinem Stammverein in Russland zurückgekehrt. Durch die FIFA-Sonderregelung infolge des Angriffskrieges in der Ukraine könnte er zu haben sein. Geld hätten sie aktuell auf der hohen Kante, habe ich ja eben auch beschrieben. Und von daher, ich rechne auf jeden Fall hier mit einer Verstärkung. Ja, wir kommen zum Talentschuppen. Noch ganz kurz aufgemacht. Wir haben Samuel Bamba, ganz spannender Mann. 20 Jahre alt, kam aus dem Nachwuchs vom BVB. Rechter Flügelflitzer. Wird unter Zeidler in den Testspielen auch ganz vorne in der Doppelspitze eingesetzt. Ist auch da spannend. Er kommt über seinen Speed, über seine Schnelligkeit. Übernimmt aber auch tatsächlich die Standards, die ja durch Stöger jetzt auch wegfallen. Vielleicht ist er auch der neue Standardspieler. Glaube ich eher nicht. Dazu auch gleich nochmal mehr. Könnte, ist aktuell nicht für die Stammelf oder Topelf bei uns eingeplant. Könnte zu Joker-Einsätzen kommen. Und darüber könnte er sich dann empfehlen. Also Bamba haben wir mal einfach hier im Blick. Dann haben wir Tim Oermann. Selbes Alter. 120 Jahre. Sicherlich eines der größten und hoffnungsvollsten Bochumer Talente. Er hat vergangene Saison auch zeitweise in der Startelf agiert. Also gut möglich, dass der seinen Durchbruch schafft. Er kann sowohl IV spielen als auch außen. Bringt da auch eine Grundschnelligkeit mit. Deswegen kann er auch mit den Außenspielern der Gegner mithalten. Kann aber auch in Verteidiger spielen. Auch hier polyvalentes Profil von ihm. Er wird so oder so ganz viel Spielzeit sehen. Diese Saison auch als Startelfmann. Generell gilt bei Bochum. Man konnte hier innerhalb der letzten drei Jahre, also da war man nicht so aktiv im Talentschuppen. Konnte hier kein wirkliches Supertalent züchten. Das sehen wir auch am aktuellen Kaderwert des Teams. Der rangiert aktuell auf Platz 15. Tabellen-Nachbar, Platz 14, ist meins. Wir haben doppelt so hohen Kaderwert. Das zeigt auch einfach gerade so die Kluft und bringt auch noch was Neues in Gang und zwar eine Restrukturierung und dazu gleich mehr. Eieieiei, das sieht ja gar nicht gut aus beim VfL Bochum. Ganz viele Leistungsträger sind gegangen. Zwei neue Leute dabei. Sisoko und De Witt sollten direkt Stammspieler sein. Und ein neuer Mann ist ebenfalls da. Und den schauen wir uns an in... Ja, Trainer und Vorbereitung, auch immer sehr beliebt bei mir hier in dem Part 4. Es sind schon vier Testspiele absolviert worden. Das bevorzugte System, das hat der Trainer aus Sandgallen mitgebracht. Zeidler, der neue Mann an der Linie. 4-4-2 mit Raute soll es sein. Alternativ steht auch das 4-3-3 auf der Liste. Allerdings fehlen hierfür die Flügelspieler. Weshalb das Rautensystem wahrscheinlich sich durchsetzen wird. EM-Fahrer Bero wird auch zurückkommen. Und Bamba und Daschner werden aktuell im Doppelsturm ausprobiert. Denkbar, dass das auch eventuell mal ein Ausweichsystem sein kann während der Spielzeit in der Liga. Zeidler steht für aggressiven, schnellen Fußball, wie es in Bochum auch in der Vergangenheit an der Tagesordnung stand. Er kann wohl auch fließend französisch, das erleichtert die Integration von Neuzugang Sissoko. Er sagt aktuell auch recht forscht, dass noch Verstärkung kommen soll. Deutet ja auch hier nochmal auf einen Transfer hin. Dann haben wir noch ganz wichtig, Hashtag Talentschuppen, eine Restrukturierung. Und zwar will der Zeidler den Talentschuppen wieder so richtig ankurbeln. Jetzt stehen nämlich Spieler wie Elesi, Bamba, Jan, Kurt und Panneweg aktuell im Kader. Aber sie sind eher für die Perspektive gedacht. Ich habe hier vor allen Dingen Bamba, vielleicht auch Elesi im Blick. Sie könnten schon früher in der Bundesliga auch zum Zuge kommen. Das zum Trainer. Und der stellt ja auch immer eine Sache auf. Und zwar schauen wir uns sie an im Teil 4, Top 11. Dann tanze ich mich mal hier durch die Top 11. Und zwar mit der mitgebrachten Formation von Peter Zeidler. Die lautet aktuell 4-4-2 mit Raute. Sie wird überwiegend getestet aktuell für das 4-3-3-Fählen. Wie genannt auch die Flügelspieler. Im Tor steht aktuell Neuzugang Drevis. Er kam von Karlsruhe, hat dann eine starke Zweitligasaison hinter sich. Er ist die Nummer 1. Sollte vielleicht noch jemand kommen, könnte der auch reinrutschen. Wir sehen natürlich da die Position aktuell 50-50. Drevis aber leicht vorne, weil er einfach gerade im Team ist. Dann haben wir die Abwehr. Die ist auf jeder Position doppelt besetzt. Allerdings schwächer als im Vergleich zur letzten Saison. Stichwort Schlotterbeck-Abgang. Wer hier am Ende wo spielt, das ist auch noch ungewiss. Bernardo ist natürlich gesetzt, sofern er bleibt. Auch Ordiz als Abwehrchef neben ihm. Das sind klare Spots. Öhrmann haben wir aktuell auf rechts in unserer Top 11. Und was ist mit Wittek? Der gefällt mir nämlich auch ganz gut. Deswegen habe ich den hier schon mal auf links gestellt. Wissen noch nicht genau, wie Zeidler plant. Kann auch sein, dass beide zu Saisonbeginn am Ende auf der Bank hocken. Und er auf Passler geht und Bernardo dann außen gesetzt ist. Und dadurch dann Majovic reinrutscht für innen. Das wäre auch eine Alternative, die ich euch hier auch nochmal aufmale. So würde es dann aussehen. Für eine Top 11, die die Saison komplett abdeckt, finde ich unsere Top 11 aktuell super. Kann mir auch gut vorstellen, dass sie so spielen. Aber dann mit Öhrmann auf rechts und dann links mit Wittek. Auf der 6 haben wir dann den Neuzugang Sisoko. Der sollte gesetzt sein, weshalb Lozilla wahrscheinlich rausfliegt. Es sei denn, er spielt auf der 8. Dort sehe ich aktuell De Witt und Bero. De Witt ist natürlich gesetzt als Neuzugang, auch mit Torgefahr, die er ausstrahlt. Bero ist aktuell noch durch seine EM-Abwesenheit nicht in Erscheinung getreten. Er rückt jetzt aber auch langsam zum Kader dazu. Genau, Bero ist ein Box-zu-Box-Spieler und der wird auch gesetzt sein. Im Sturm sollte Hofmann gesetzt sein. Der hat nämlich seine Ernährung umgestellt und ordentlich abgespeckt. Also der wirkt viel lauffreudiger und fitter. Bringt jetzt echt eine richtig gute Shape mit. Also der gefällt mir richtig gut. Und ich hatte eingangs die Frage gestellt, wer soll Bochum zum Klassenhalt schießen? Und Philipp, ich will dir nicht zu viel Druck aufsatteln, aber du bist der Mann. Genau, und genau, Daschner zählt aktuell auch zur A11. An Daschner scheinen sich aktuell die Geister, so ein bisschen Licht und Schatten. Ich finde ihn in der Vorbereitung richtig gut, also gefällt mir da super. Nimmt auch viele Standards, also er könnte auch der neue Standard-King werden von Bochum. Ist aber hier auch noch ein wichtiges Puzzleteil-Neuzugang. Also gerade der mobile Striker. Damit lag mir Bennett mit dem Wort gestern, glaube ich, die ganze Zeit im Ohr. Das hat er, glaube ich, fünfmal in unserem Call genannt. Also, the mobile Striker. Grüße an Bennett, Chefredakteur. I love him. Spielt neben Hofmann der mobile Striker, dann könnte Daschner auf die 10 und DeWitt auf die 8. Daschner aber auch nicht 100% gesetzt. So könnte DeWitt auch auf die 10, das ist auch seine bevorzugte Position. Die hat er auch bei Alkma gespielt. Hinter Hofmann und dann wäre Plus X, der Stürmer, den wir noch nicht kennen. Der Mobile Striker würde dann da reinkommen. Da fehlt aber die Qualität auf der 8 dann. Daher bin ich schon bei Daschner Top 11. Wahrscheinlich im zentralen Offensiv-Mittelfeld. Und dann mit DeWitt auf der 6. Ziehe ich hier nochmal so rein. Genau. Also nochmal durchgegangen. Dreves ist safe, sagen wir mal, außer es kommt noch jemand. Dann ist da nochmal der Kampf offen. Die Innenverteidigung. Bernardo ist halt vakant. Da muss man halt sehen, ob er bleibt oder nicht. Dann haben wir Ordez natürlich mit ihm. Ordez ist ein safe Spot. Irmann ist vorne aktuell über Passlack. Vitek sehen wir zu 70% vorne. Dann haben wir Sisoko als Neuzugang gesetzt. DeWitt, das ist halt noch offen jetzt, ob der auf der 8 oder auf der 10 spielen wird. Ich gehe jetzt mal von der 8 aus. Dann haben wir auf der anderen Seite Bero als Box-zu-Box-Spieler. Den haben wir übrigens auch durch Schiese, haben wir da die Info bekommen. Ja, der ist auch immer noch da. Schiese, lieben Gruß. Und genau, dann haben wir vorne, wir gehen jetzt davon aus, Daschner hinter den Spitzen. Der Mobile Striker. Es könnte auch Broschinski sein. Ich fand der Broschinski mega gut letzte Saison. Ging dann aber eher über rechts außen rein. Von daher wäre das auch ganz spannend. Broschinski auf jeden Fall auch ein junger Flitzer, der richtig Bock hat. Und den ich mir da auch gut als mobilen Striker vorstellen kann. Ansonsten haben wir natürlich noch Bamba. Der wäre natürlich die Newcomer-Lösung. Ja, hat natürlich da wenig Erfahrung. Und unter Fernalifen bringe ich jetzt noch mal rein Quateng. Der in Magdeburg auch starke Zweitliga-Saison gespielt hat. Aber jetzt auch das Jahr überwiegend verletzt war in der letzten Saison. Und ja, nicht so richtig in Tritt gefunden hat. Aber er wäre auch einer fürs zentrale Offensive-Mittelfeld. Dann könnte zum Beispiel Daschner auch noch mal einen vorne rücken. Also es gibt, wie ihr seht, super viele Optionen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man diesen Mobile Striker findet, wer Hofmann vorne assistiert und ihm ein paar Dinger auflegt. Kommen wir zu den Standards. Daschner ist, wie angesprochen, für mich aktuell Standardschütze Nummer 1. Also der überzeugt mich komplett da in den Testspielen. Und ansonsten, falls ein starker Linksfuß gebraucht wird, kann auch Wittek mal einen Standard übernehmen. Zudem steht Bamba, wie gesagt, auch mal am ruhenden Ball, wenn der spielt. Also das sind so aktuell die Testspieleinblicke da. Und Elfmeter, Philipp, schieß ihn rein. Wir gehen weiter zum Teil 5 Auftaktprogramm des VfL Bochums. Und wir starten mit RB auswärts. Da sage ich euch schon mal Manager-Tipp. Holt euch ganz viele RB-Spieler zum Start. Ich glaube, das sollte dann schon für sich sprechen. Dann haben wir Gladbach zu Hause. Vielleicht holt man hier einen Punkt. Freiburg auswärts. Viel Spaß mit Merlin Röhl. Dann Kiel zu Hause. Da sehe ich schon einen Sieg. Und Dortmund auswärts gibt es einen Debakel. Dann kommen wir raus mit so vier Punkten. Und dann bist du eigentlich auch schon mittendrin im Abstiegsstrudel. Ja, da hoffe ich mal, dass die Bochumer da mehr Punkte rausziehen können. Hatte ich schon gesagt, dass wir jetzt zu Teil 6 kommen? Nee, also Abfahrt. Hier ist er. Teil 6. Fazit und Prognose. Ich komme direkt mal zu den Mutmachern, die vielleicht auch für mehr Punkte stehen. Da haben wir mal den Trainer. Der will neu restrukturieren. Der will auf die Jungtalente setzen. Gibt da den Leuten eine Chance. Das finde ich richtig cool. Und er bringt ein neues System mit, mit der Raute. Vielleicht sticht das. Wir haben DeWitt und Zissoko. Die bringen hoffentlich neuen Schwung. Und Bernardo oder der Ersatz für Bernardo. Also das spricht auch für sich. Bernardo eine absolute Säule. Der wäre, glaube ich, ganz wichtig, wenn man den halten kann. Der Junge will aber, das hat er auch gesagt, maximal sportliche Perspektive haben. Und ob er die in Bochum aktuell sieht, angesichts dieses Kaders, I doubt it. Und damit auch leider direkt rüber zu den Problemzonen. Neues Systemunterstöger, Fragezeichen. Wer übernimmt hier die Verantwortung? Und wer kann qualitativ auch als Leader, als Führungsspieler vorangehen und die Leute auch so richtig mitziehen? So richtig so eine Power entfachen. Und das müssen wir halt sehen. Fast alle Leistungsträger sind weg. Also da muss nochmal zugeschlagen werden auf dem Transfermarkt. Das sehen wir aktuell nicht. Wir haben den Pontus Almquist, haben wir genannt. Vielleicht kommt er, vielleicht kommt jemand anderes. Das wäre ganz wichtig, dass hier noch jemand eingetütet wird. Und dann haben wir aus dem Rückblick die angemahnte Defensivschwäche. Die Gegentorflut, auch hier braucht man einen taktischen Ankerpunkt, um die Absicherung zu festigen. Und nicht wieder in die Fehler der Vorsaison reinzulaufen. Zeitpunkt, jetzt sehe ich das, ganz, 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 ganz schwierig. Und damit kommen wir zum Rating. Die Top 11, auch mit den Fragezeichen, gerade im Hinblick auf Mobile Striker, da haben wir ihn wieder. Sehe ich ganz schwer. Ein Stern. Trainer, Peter Zeidler. Er bringt ein neues System mit, aber auch das müssen wir sehen. Er passt, glaube ich, von der Philosophie. Wir haben jetzt erstmal zwei Sterne. Kader insgesamt ist zu dünn. Der Kader hat sich nur verschlechtert. Müssen wir auch hier ehrlich bleiben. Ein Stern. Und der Verein, also das Team als Einheit, ist durch die Relegation gegangen. Das sollte für Power sorgen. Und wir haben die Heimfestung. Zu Hause wurden auch mehr als doppelt so viele Punkte geholt als auswärts. Auswärts war man auch mit das schlechteste Team. War man das schlechteste Team. Und ja, der Team Spirit daraus ist die einzige Hoffnung aus diesem Relegationsfight, wo man es nochmal rausziehen konnte. Wir kommen auf anderthalb Sterne gesamt. Und Bochum muss nochmal in die Relegation. Mein Game Changer. Ich mache das hier, das habe ich sehr gefeiert. Wie unser Liga-Inseider-Data-Analyst. Das ist nämlich Hubi. Den kennt ihr auch alle. Und ich habe es quasi genau wie Hubi. Deswegen, wir sind Brudi im Geiste, mein Lieber. Ich hatte auch das genau gesagt. Bernardo wird noch gehen. Das ist auch mein Take. Und dann ist Audits the only man ab. Hinten wird der Abwehrchef sein. Ich fasse es euch hier nochmal zusammen. Erwartet aber auch keine Punkteflut. Kopfball-Ligaweit die 10. Am Boden-Ligaweit ebenfalls die 10. Und geht Bernardo ist er der Abwehrchef. Ich würde mir hier, Tipp nochmal, overall kein Bochumer einpacken. Ja, es sieht etwas düster aus bei Bochum. Aber mit dem richtigen Transfer können sie sich eventuell nochmal nach oben schaufeln. Checkt nochmal den Link ab wieder in den Shownotes. Unsere Redaktion hat wieder einen zum Besten gegeben. Jeder wählt seinen Game-Changer des Teams. Und dann verweise ich noch zu guter Letzt auf den Team-Check vom Montag. Union Berlin, den blende ich euch hier auch einmal ein. Und dann bin ich raus und wünsche euch einen richtig geilen Tag. Tschüss.